Sie sind hier, 6. August 2018, 14.34 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Maria Kueyo dufte sich über EM Silber freuen, Urheberrecht geht die Images auftakt nach Maß für die deutschen Wasserspringer, die Berliner Maria Kueyo und Lu Massenberg gewinnen im gemischten Teamwettbewerb überraschend Silber. Die beiden Berliner Maria Kueyo und Lu Massenberg haben dem deutschen Wassersprung-Team bei der EM in Edinburgh einen Auftakt nach Maß beschert. Das Duo gewann mit 352,60 Punkten im gemischten Teamwettbewerb überraschend Silber. Auf die ukrainischen Sieger Sofia Lüsten Olekulodi fehlten Kueyo, Massenberg nur 3,3 Zähler. Bronze holten sich die lange klar führenden Russen Evgeni Kuznetso, Julia Timoschinina, 349,55. Es war eine sehr schöne Teamleistung und ein wunderschöner Auftakt für unsere Mannschaft, sagte Bundestrainer Lutz Buschko. Anders als viele Konkurrenten sprangen Kueyo, Massenberg konstant ohne größere Fehler. Rekord-Europameister Patrick Hausding hatte aufgrund seines Trainingsrückstandes wegen Verletzungen auf einen Start in der nicht-olympischen Disziplin verzichtet. Der Olympia-Dritte startet erstmals am Dienstag im Wettbewerb vom 1M-Brett von Sportinformationsdienst.